dieses zu erwerbende fünf zimmer ein familienhaus liegt im kreis märkisch oder land 1953 wurde dieses ein etagenhaus erbaut das haus verfügt über einen parkplatz es hat drei badezimmer auf einer grundstücksfläche von ca 2100 quadratmetern weist das objekt eine wohnfläche von ca 127 quadratmetern auf das gebäude hat einen kaufpreis von 83.300 euro wir informieren sie gerne unter eingeblendetem kontakt näher ein 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 ein